Heiho Leute und herzlich Willkommen zurück zu EVOLAND! Und wir sind in letzter Folge dabei angelangt, dass wir aus dem Gefängnis geflohen sind und in dem Kolosseum spannenden Kampfe als Super Mario hatten. Und nun sind wir als 2D-Plattformer hier zugange und müssen nun weiter flüchten, denn wir sind noch nicht komplett frei. Und ich glaube wir kommen von daher, ich weiß jetzt nicht wo lang, aber ich schätze mal nach rechts ist der Ausweg, deswegen gehe ich nach links. Ich hoffe das stimmt. Oh, ich hoffe dass es da nicht lang geht, weil ich will, ich würde, ok hier sieht es nach Speicherpunkt aus, das heißt da geht es wahrscheinlich lang. Ich würde genau alles sehen Leute, oder jedenfalls so viel wie möglich. Deswegen gehen wir erstmal die andere Seite abchecken was da so abgeht. Wenn wir hier überhaupt wieder hochkommen, ja, tun wir. Diese Tür ist verschlossen. Ach, vielleicht müssen wir erst zwei Schlüsse sammeln, damit wir das öffnen können, das wäre natürlich auch was cooles. Das könnte sogar sehr gut sein, stimmt! Oh, warte mal, können wir von dem... Ne, aber vielleicht... Ne, geht nicht, schade, ok. Zack! Oh, leckern die Rappen für den Leben. Ah! Ok. Kein Problem! Easy going! Da oben ist eine... Greift die uns auch an? Ich weiß es nicht! Nein! Aber das Wasser! Autsch! Äh, wir sind... Ahhhh, man! Ach, das Wasser hat uns umgebracht! Okay, da es gerade uns klar ist, welchen Weg man gehen kann, muss, soll, werden, tun, geht. Deswegen gehe ich einfach mal links. Ich schätze mal, wir müssen links und rechts jeweils einen Schlüssel finden. Ähm, um dann die Tür aufzumachen. Oh, der Tintenfisch macht Aua. Aha, wir können aber unter Wasser schlagen. Aber hier ist halt ein Speicherpunkt, gell? Das ist schon komisch. Ah! 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 Aha! Stimmt, hier war der Speicherpunkt. Ich gehe doch lieber nochmal rüber. Ach, come on! Das ist so eine schwere Entscheidung, wo lang ich denn gehen will. Mist! Aber ich finde... Ich finde, beides sieht gut aus. Deswegen bin ich mir unsicher, wo ich lang gehen will. Aber hier sind ja auch zwei verschiedene... Wird ja diese Obelisken oder was? Bade... Nee, Obelisken sind was anderes. Das hat man wieder hingespeichert. Mysteriös. Okay, ich gehe doch erstmal hier lang. Ja, ich weiß, komisch, aber ich tue das. Uah! Leck! Als ob man so oft... Ach! Leck! Die halten viel aus. Okay, wir wissen jetzt, dass die angreifen. Aber wir können sie nicht angreifen. Zack, eine haben wir. Haha! Die eine hat leider die Leben ins Wasser fallen lassen. Und ins Wasser dürfen wir ja nicht. Uah, leck. Das war knapp. Was bist du? Autsch! Ach, man kann nur dein Auge treffen. Okay, verstehe. Haha! Ausgetrickst! Okay. Ah, wir haben doch... Wie kann man nochmal Charaktere wechseln? Tab! Aha! Und jetzt... Zack! Easy! Und wie kommen wir da hoch? Achso, das ist eine Leiter! Ach, das ist ein Gitter! Verstehe! Denkt ihr, wir können das... Nee! Gehen wir jetzt raus? Ich will doch alle Wege sehen! Ich bin verwirrt! Haben wir jetzt doch die falsche Entscheidung getroffen? Oh! What? Wie? Okay, warte mal. Oh, okay. Ist da oben irgendwas? Nee. Okay. Verstehe. Da sind wir. Hier ist noch ein Speich... Ich verstehe es nicht! Können wir uns klein machen? Nein. Wo war denn jetzt der... Richtige Weg? Wir können ja jetzt scheinbar nicht mehr zurück, wenn da die Blöcke kaputt gehen. Ach nee, die kommen wieder. Okay. Ha. Ich bin nur... Wow. Ich bin nur kind of confused, wo wir denn lang müssen. Oder... Das ist verdammt verwirrend, Leute! Glaubt mir! Oh Gott, Lava? Nein! Nein! Ah! Huh! Ach, deswegen gibt es ja wahrscheinlich so viele Speicherpunkte. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! So schnell nachdenken! Ah! Komm schon! Nein! Nein! Aha! Okay, nochmal. Wir wissen den Weg. Und zack! Und... Wie? Wie? Als ob! Als ob! Als ob sind wir gerade so schnell gestorben. Okay, zack! 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 Haha! Was sind das? Wir können aber hier oben schlagen, ne? Aha! Clever! Oh! Das sind doch viele! Aber die bringt viele XP! Yeah! Level up! Wir sind Level 7! Der jetzt hat Stufe erreicht 7! Ja, nice! Wir haben Stufe erreicht 7! Immer wieder cool! Und da ist noch ein... Ich bin echt verwirrt! Wo... Warum so viel... Hä? Hä? Oh Gott! Nein, 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 nein! Verstehe! Ich verstehe es! Okay! Das schaffen wir! Nein! Ach so! Verstehe! Ich hab's... Jetzt hab ich's verstanden! Ist so! Ich schwör! So, wir müssen erst aufladen! Dann darüber springen! Dann den nach runter hauen! Und dann direkt weiter! Oh! Bin ich gut! Und jetzt... Ah! Da oben... Oh! Nein! Ah! Das ist schwer, Leute! Nein! Was? Was zum... Das war nicht geplant! Glaub mir! Warte mal! Die ganzen... Das ist EXP-Farming! Keine... Hä? Weil die EXP werden ja gespeichert beim Tod! Hä? Wie cool! Hä? Hä? Wie cool! Und Gold! Okay, das heißt... Guck mal, wir können ja... Guckt mal auf unsere EXP-Leiste! Wir probieren's gleich nochmal aus! So, weil... Ich vermute, wenn wir uns jetzt umbringen... Zack! EXP-Leiste bleibt! Haha! Ey, voll gut! Ja... Uah! Jetzt droppen die irgendwie mehr Herzen als Leben! Ja, als... äh... Jetzt droppen haben sie fast gar keine EXP-Leiste gedroppt! Komm! Wir brauchen aber nicht mehr viel! Dann sind wir schon wieder Level Up! Oh fuck! Ich hab's falsch gemacht! Schon wieder! Uah! Ja! Ach man! Jetzt wurde sie einmal richtig... Ich meine, hab ich's falsch gemacht! Dann ist das Leben! Uah! Ach Gottchen! Haben die uns jetzt viel Schaden gemacht! Komm schon! Droppen die keine EXP mehr? Haben die da einen Mechanismus etwa eingebaut? Ich glaube, die haben... Die haben das so geregelt, dass... ähm... Wenn... Leben benötigt wird... Droppen die Monster mehr Leben! Level Up! Haha! So schnell erfahnt man sich ein Level Up! Äh... Wo ist gecheatet? Ähm... Ein bisschen... Fuck! Na, das war dumm! Fortfahren, natürlich! Können wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht nochmal... Ein paar EXP bekommen! Hehe! Guck mal! Das bringt vor allem... Man kommt ja mega schnell Level Up, wenn ihr mal so guckt! Und die Monster sind leicht zu töten, weil die eigentlich angreifen und sonstiges! Was halt extrem awesome ist! Natürlich... Wir werden das jetzt nicht noch die ganze Zeit machen, glaubt mir! Das war jetzt das letzte Mal! Hehe! Aber es ist schon cool, dass das so viel gebracht hat, finde ich! Okay, jetzt... Bam! Bam! Zack! Ähm... Jetzt schlagen wir den vielleicht erst durch! Zack! Und jetzt geht's ans... Oh Gott! Ach, wir können uns ja von den hinten lassen! Stimmt! Die machen ja nix besonderes! Gut! Ein Leben verlieren! Oh Gott! So viele! Und... Zack! Ah, verstehe! Wo wir... Gott, das ist ja richtig... Richtig das Rätsel auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch noch schwer und... Äh... Zu meistern! Wohl krass! Oh! Zack! Jetzt sind wir oben! Und gehen direkt weiter! Nach unten! Und zack! Oh! Alter! Nach da kommen wir aber nicht, gell? Okay, jetzt heißt das schnell! Und... Zack! Zack! Nein! Oh! Das war zu knapp! Nein! Ich bin zu schlecht dafür! Oh! Nein! Oh! 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 Nein! Oh, wie dumm! Ich bin... Ich bin... Ich bin gesprungen! Ich schwöre! Ach, wie unfair! Oh, leck! Da... Nein! Oh! What?! Immerhin kriegen wir keinen Fallschaden! Das ist schon mal gut! Okay! So, jetzt nochmal! Was?! Wie?! Als ob?! Ja! Come on! Verarschen kann ich mich selber! Oh, leck! War das knapp! Wie? Ich bin gesprungen! Oh! Come on! So schwer ist es jetzt auch nicht! Das... Kann ich sogar! Ich weiß, dass ich es kann! Hey! Ich bin... Als ob! Leute! Das... Ich schwör, das Spiel verarscht mich! Es ist so! Es muss so sein! Oh! Yeah! Oh! Yeah! Mh! Damn! Zack! Ha! Was war das du jetzt spielst? Uh! Da ist das eine Ding! Ich wette, da ist ein Schlüssel drin! Uh! Schlüssel zur Kanadation! Schlüssel zur Kanadation! Das Aroma von... einer toten Ratte geht von ihm aus! Oh shit! Wie cool! Das heißt, ich habe richtige Vermutung gehabt! Wir müssen jetzt nochmal auf die andere... in die andere Richtung laufen, um ähm... den zweiten Schlüssel zu bekommen! Eine coole Idee! Auf jeden Fall! Gefällt mir! Was ist hier oben drin? Grüne Pampe! Yeah! Was soll man die bringen? Ich weiß es nicht, aber wir haben sie! Und zack! Bam! Oh! Nein! Was?! Wie?! Äh! Als ob! Das ist ein Bastard! Von was auch immer das ist! Kakerlake, Käfer! Ich weiß es nicht! Oh! 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 Leck! Im Sprung, Alter! Wie? Hä? Wie? Wie?! Komm her! Zack! Uh! Der hat sogar Leben! Ach du Scheiße! Ich glücklicher! Der hatte Leben! Jo! So! Aber ich... Kann es sein, dass wir ein bisschen was verpasst haben? Also ich glaube wir haben nicht alles gekriegt. Wir können aber jetzt schon den ersten Schlüssel, glaube ich, reinstecken. Ah! Schlüssel zur Kanadation! Yeah, ach so, das sind solche... Okay, jetzt sieht man den Türen gar nicht an. Naja, weiter geht's. Äh, jetzt haben wir wieder hier gespeichert. Ach so, das ist eigentlich voll cool mit den Speicherständen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Und jetzt geht's an... Oh, wir sind wieder Level A, äh, Full, Full Health. Wenn man speichert, wird man Full Health. Das will ich sehen. Jetzt haben wir 49 Leben und jetzt, äh, speichern wir. Yeah, awesome. Haha, uns kriegt ihr nicht. Das kann ich. Immerhin etwas, gell? Bam. Da oben ist was, aber wir müssen wieder mal runter. Geld, 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 Geld. Schnell, hoch da. Oh, ne Mine. Wir müssen hoch. Hoch. Luft. Und wieder runter. Schnell, schnell, schnell. Nein, au, au. Oh, leck. Komm schon. Ah, ah, ah. So, die Truhe, da vergessen wir natürlich nicht. Come on. Yeah. Äh, bam. Mann, sind wir gut. Eine Sterne zusammen. Ihr habt jetzt 4 von uns 30. Ich glaube, wir haben schon den ein oder anderen vergessen. Wette ich einfach mal. Weil ich weiß, wir haben die ein oder andere Truhe übersehen. Ah, das ist so traurig. Ich hätte gern alles. Egal. Oh Gott, solche An... Oh, ne. Ich mag so Monster nicht hier an der Wand lang laufen. Können wir die achten? Nein. Die sind hart wie Stein. Egal. Au. 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 Wie unfair. Mein Gott. Was habt ihr... Nö. Ah. Ah. Autsch. Autsch. Äh. Jetzt. So. Haha. Geschafft. Und das schaffen wir. Und zack. Zack. Easy. Ich will jetzt nicht nochmal ganz runterfallen. Bitte. Au. Ah. Ah. Huh. Oh. Oh, wo geht's denn hier hin? Ich trau mich da nicht hin. Trau ich mich da hin oder trau ich mich da nicht hin? Ich weiß es nicht. Oh, komm. Ich kann... Okay. YOLO. Oh, Mann. Luft, 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 Luft. Kann ich hier irgendwas... Hä, was gibt's... Okay, ich geh erst die Leiter hoch. Ihr habt mich überzeugt. Oder ich hab mich selber überzeugt. Geht erst die verkackte Leiter hoch. Das ist unfair, wenn die uns zwei Wege anbieten und ich nicht weiß wohin. Aber hier kann man speichern? Äh. Ich versteh's nicht. Immerhin haben wir jetzt mal gespeichert. Ja, gut. Können wir jetzt hier auch verrecken gehen. Let's go. Vielleicht finden wir irgendwas Spannendes. Ich hoffe doch... Ja, Mann. Geil. Ein Stern zum Sammeln. 35 haben wir jetzt. Juhu. Also hat es sich doch gelohnt, hier runter zu gehen, Leute. Also. Nie aufgeben. Immer alles erkunden. Aber das ist so unfair, wenn die nicht sagen... Och, Mann. Das sollte echt so ein Schild daneben stehen. Ey, diesen Weg ist... Der führt zum Ziel. Und der Weg führt zu einer Geheimtruhe. Aber dann wäre die Truhe nicht mehr geheim. Das stimmt. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Unleck. Unleck. Von nix getroffen. Leute, wenn das nicht gut war, dann weiß ich auch nicht. Und, komm mal. Nein. Was mache ich denn? Ich hüpfe einfach so. Ich denke mir halt so. Yo, ich hüpfe jetzt mal. So, zack. Das schaffen wir jetzt auch noch. Speichern. Speichern. Komm. Hoch. Gespeichert. Runter. Au. Au. Helfer. Jetzt hat er... Jetzt hat er Luft bekommen. Jetzt. Ich dachte gerade, weil sein Kopf war über Wasser, aber er hat keine Luft bekommen. Und dann auf einmal hat er Luft bekommen. Oh Gott. Wir müssen aufladen. Und bam. Unleck. Unleck. Au. Ich bin gleich... Ich will nicht sterben. Nicht jetzt. Können wir mit einem Mal... Mach du das mal. Yeah. Ich glaube, du musst es nochmal machen, Bruder. Ähm. Weil. Ach nee. Wir können die so zerschlagen. Oh, da ist die Truhe. Erstmal speichern. Leben, leben, leben. Huh. So, jetzt. Ruhe. Was hast du? Yeah. Den Schlüssel zur Kanalisation. Huh. Oh nein. Nicht so ein Augenviech. Yeah. Oh, wir sind fast Level ab. Schade. Wir schaffen das Level ab wahrscheinlich nicht mehr. Oh man. Und ich würde sagen, was wir da draußen außerhalb dieser Kanalisation wieder finden oder was uns da draußen erwartet, sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss. Haut rein. Macht's gut. Euer Days. Mua. Erstmal. Tschüss. OOOOOOOOσειёт.